Aber die Kussenschutzzeit war natürlich genauso wichtig wie alle. Bei den Herren, ein Nachwirker-Team, ein bisschen bald hoher. So, danke sehr. Bei den Herren, haben wir hier ein tolles Finale mit dem Meterschießen gesehen. Im zweiten Platz haben wir den South Stars aus Heimfeld. So geil, oder? So, und wie habt ihr alle gesehen, der erste Platz in diesem Jahr, das Steuerrad geht an den Umsteigern HC. Und die Umsteiger sind natürlich auch ein totales Beliebungsvideo. Die Umsteiger müssen dann wieder nach vorne kommen, nicht ganz so rumgekriegt. Das der Preis muss dann abgeholt werden. Das ist das Ding. Ja, wir möchten uns ähm... Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei der Turnier-Orga, der Sardinie um Boni rum. Vielen Dank für dieses tolle Turnier, für die schöne Tage. Und dann habe ich den Aufmerksamkeit bekommen, mich im Namen meiner Mannschaft bei den Bock zu bedanken, dass er den Rat hier am Start gemacht hat. Und ich möchte mich natürlich nochmal bei meiner Mannschaft bedanken, die frisch zusammengesetzt wird, ist hier eine großartige Leistung, die mir nicht hat. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Was ist das? Und er geht nicht, dass wir jetzt hier öffnen, die wir nicht haben. Und er geht nicht nur nach vorne, nicht nur für die Glöcce. Und er geht nicht nur nach vorne, sondern er geht nicht nur nach vorne. Und er geht nicht nur nach vorne, aber er geht nicht nur nach vorne. So, wir steigen um von den Damen zu den Herren. Bei den Herren, wir haben es eben gesehen. Zweiter und eine Mannschaft, die wir hier auch sehr schätzen. Zweimaliger Turniersieger, die Clipper Entertainer. Wir freuen uns wieder auf. Vielen Dank. Es ist und bleibt unser Lieblingsturnier. Es ist und bleibt unser Lieblingsturnier. Irgendwie können wir nur jedes zweite Mal gewinnen. Zwei Steuerreiter bleiben, wir kommen wieder. Sehr gerne. Danke. So, Turniersieger ist für uns eine absolute Überraschungsmannschaft. Nicht spielerisch, aber bis Sonntag vor Turnierbeginn waren sie noch gar nicht im Turnierfeld. Und ich bin dann irgendwie beim Betränkaufen und habe ich dann Bodo Materna getroffen. Und ich habe gesagt, Mensch, drei Tage vor Turnierbeginn haben sie erst nachgemeldet. Und dann war ich das Turnier gewonnen. Also, herzlich Dank Pauli. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir wollten uns auch ganz herzlich bedanken. Das war mein erstes Turnier in Hamburg und das ist jetzt auch schon mein Lieblingsturnier. Sprecht über die Vorbereitung. Ich würde mich auch noch bei der Aura bedanken, bei den Taxifahrern auch. Wahrscheinlich. Bürgermeister. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für's Zuschauen! Wir sehen uns in zwei Jahren wieder. Wir freuen uns zu sehen. The 10th Kalmar Super Series. Vielen Dank für's Zuschauen! Unfortunately for all of you, it was just me this year, and Danger has gone back to London. He told his wife that he was coming to a conference. The rest of the groups are very sad that they couldn't make it. There were many text messages while I was here. I would show you, but I lost my phone last night. If you do find an iPhone 4, play mine. But seriously, this tournament is amazing. I'm so happy to be here. I can officially say that my favourite place in the world is Hamburg. And I want to thank Hockey Bulboa for having me in danger. It's been an honour. And also to Griffin Delph, who hasn't been here this weekend. I'm going to have a drink for you. Five feet. So. Thank you. It's always so fun to have you here. I'll say goodbye. Rebel, Rebel, Rebel. Ich habe es geschafft, eine Schuhe mit Zocker aufzubauen. Das war drei Mädels von euch, oder vier? Ich habe es geschafft, eine Schuhe mit Zocker aufzubauen. Ich habe es geschafft, eine Schuhe mit Zocker aufzubauen. Ich habe es geschafft, eine Schuhe mit Zocker aufzubauen. Und wie ihr jetzt alle auch mal 1998 hier kennt, Tino ist ganz frei im Club vorzutieren, aber trotzdem lässt sich auch Tino sich nicht los. Das, worum wir alle gewartet haben, eine Stunde frei wie ihr. Vielen Dank Tino! Das war der ADNC-Kampf, was ich kurz den Feier ist gerne noch länger. Und wir sehen uns letztens von zwei Jahren hier wieder. Wir freuen uns von allen auf euch! Vielen Dank, macht's gut! Vielen Dank!